Erster. Wow. Das ging aber flott. Ja. Ich kann es auch in der Aufnahme sagen. Ist ja egal. Ich werde abends nie, einen Tag, bevor wir abends aufnehmen, nie wieder Chili Con Carne essen. Das ist schlimm. Eik, weißt du, wie das Projekt bei Justin heißt? Irgendwas mit T1002? Nein, es heißt Chili Con Carne. Oh, wow. So, ich nehme dann Thermometer. Okay. Darko, nimm Telefon. Nope. Smug sticks, motion sensor, Salz, Gruppen. Okay. Ich habe Videokamera, Thermometer und Taschenlampe. Fotoapparat, EMF, Taschenlampe. Ich hatte gesagt, Darko soll das nehmen. Wir wechseln uns immer ab. Das macht Spaß. Ich hasse das denn. Okay, Darko's Hoden, 16 bis 19 Grad. Eik, ich hasse es. CO2, seine Nase, 18,8 Grad. Einfach keine Veränderung im Gesicht. Äh, was? Was hab ich jetzt gerade nochmal gesagt? Ähm, reagiert er alleine oder auf Gruppen wollte ich das sagen? Smug sticks, motion sensor, Salz, Gruppen. Okay. Bist du da? Bist du da? Bist du da? Versuch's mal, bist du hier? 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 Ich geh mal hoch, ich hab hier unten keine Temperaturen unter 13 Grad. Bist du hier? Bist du hier? Äh, ein Gegner hat gleich in den Keller. Ich glaub ich hab ein Herzbruch in den Keller gehört. Ja, mach ich gleich. Ich gucke kurz hier oben alles ab. Bist du hier? Bist du hier? Bist du hier? Bist du hier? Hier oben waren gerade 1 Grad. Ja, hier oben der Raum. Minus gerade waren gerade minus 1. Bist du hier? Ja, da hinten. Are you there? Ja? Ja, der. Are you there? Bist du da? Bist du da? Are you there? Shit, wo baust du die Kamera auf? Are you here? Are you here? Are you there? Are you there? How old are you? Ah, so gefriert Temperaturen hatten wir. co2 wenn du noch oben im raum ist kannst du mal die kamera anmachen steht auf dem nachtschrank ich sehe aktuell keinen ort nein ich komme noch mal mit der zweiten kamera hoch und platzi die im flur das ist ein foto keine kamera wir müssen fingerabdrücke haben ich kontrolliere es aber erst wenn ich draußen bin aber ich will euch raten nicht im bahn schrank sich zu verstecken die hälfte seines arms und seine axt hat in den schrank rein geguckt ich habe trotzdem noch mal nachgeguckt wo ist er Oben Wow Ich lasse die immer im Raum Hat schon jemand vor euch Pillen genommen? Nein Nein Dann haben wir nur zwei mit Bist du hier? Bist du da? Bist du ein Mann? Bist du eine Frau? Wie bist du gestorben? Gib uns ein Zeichen Ich hatte euch darum gewählt dich wieder anzumachen Bist du hier? Bist du ein Mann? Schreibe in das Buch Cool Da war ich tot. Geil. Es war aber so arschklar. Das war aber so arschklar, dass ich sterbe. Fingerabdrücke hatten wir. Gespenst oder Banshee? Ja. Wo lag er? Ähm, vom Raum aus gesehen die erste Tür, das ist so ein Bad. Er ist aber durch Salz gegangen. Was eigentlich das Gespenst ausschließen sollte? Hm. Gespenst. Kommst du mal kurz mit? Nimm mal Film. Wir gehen mal eben gemeinsam nach oben. Knochen, Fingerabdrücke genau. Mauer. Lohnt sich vielleicht die Kamera von Altsohen. Muss meiner keine Fotos mehr. Okay. Ich habe gerade alle Taschen vor euch, weil ich wollte den Sensor eben anbringen. Ey. Und nicht sprinten. An meine ich. Ich habe den Fotoapparat dabei. Nein. Ich habe den Fotoapparat dabei. Da brauch ich mich nicht nicht wundern, da war bestimmt der vom letzten Ja, aber ich sollte gerade nicht den Raum da oben so wirklich verlassen, weil er grob süffig dem Weg ist. Was fehlt uns jetzt überhaupt noch? Gar nichts. Einmal Raum ausräuchern. Ja. Und vielleicht den Geist einmal durchlaufen lassen, durch den Sensor. Ja, wir müssen noch einmal durch den Sensor jagen. Ja. Dann gehe ich eben hoch, räuche einmal aus und setze den Sensor um. Soll ich mitkommen? Brauchst du nicht. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du... Äh, nee. Geh ansprache und sag mal, ob die Sachen selbst abgedeckt worden sind. Der Totenreich ist langweilig. Ich räuchere. er sollte den hier im flur irgendwo anbringen ja vielleicht ein bisschen besser what the fuck war das aber er ist gerade durchgelaufen ich habe es gerade selber gesehen oh yeah war eine schnelle runde eike wenn du fertig bist bleib mal was hier rein wir haben eine banshee gut hast du auch daco hast du auch banshee ja macht ja so was muss ich denn alles neu kaufen ich würde spontan auch raten dadurch dass es das selber haus war das war der geist von gerade den hof eik agro war ja das habe ich bloß so gedacht das habe ich jetzt das muss ich noch kaufen wo ich dachte zweimal jetzt war es das nur dann habe ich zum glück also was heißt zum glück blöd für eike aber ich habe zum glück dann diesen ja hier ist da und gehört irgendwie war mir das klar dass ich dabei direkt gegenüber vom raum war ich war unten im keller hat und habe ich in einem spinn versteckt ich war ja gerade nach unten auf dem weg nach dem dings gucken wir es noch gleich nach dem sicherung wieder rein machen was dann aber komplett vergessen hatte fällt mir gerade mal auf videokameras haben wir wieder dreimal ja ich habe gerade muss ja einiges neu kaufen Prozent herrlich haben wir auch zweimal gerade das habe ich nicht gekauft er wartet wenn da kostet das dann nehme ich meins raus weil da kommt mehr geld als ich so ich hab's dann zugefügt ja kurz folge beenden hier